Im Rahmen der Ideenkonferenzen, die die Berliner SPD durchführt, hat es eine Auftaktveranstaltung gegeben zum Thema Integration, soziale Teilhabe in unserer Stadt. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu betonen, dass es hier nicht bei diesem ganzen Integrationsthema um die Frage geht, wie organisiert man etwas für Ausländer, sondern es geht darum, wie wollen wir in dieser Stadt miteinander leben, wie wollen wir auch voneinander lernen. Es geht um soziale Teilhabe in allen Bereichen unseres wirtschaftlichen, kulturellen, politischen Lebens. Wir alle sind aufgefordert, mitzuhelfen. Die Migrantinnen und Migranten müssen sich aktiv einbringen in den Integrationsprozess, aber Integration muss von allen Berlinerinnen und Berlinern gewollt sein, damit es gelingen kann. Wir fordern Sie auf, sich weiter in diesem Prozess mit einzubringen. Diskutieren Sie mit uns, diskutieren Sie mit der SPD, nutzen Sie die Möglichkeiten über das Internet oder sprechen Sie uns direkt an. Die Berliner SPD macht die Frage der sozialen Integration zu ihrer Kernaufgabe in den nächsten Monaten und Jahren. Es geht darum, miteinander voneinander zu lernen und in dieser Stadt friedlich miteinander zu leben. Bis zum nächsten Mal.